Hallo, heute mal ein kurzer Basistipp zu GIMP. Das wird das erste Video meiner GIMP Playlist. Diverse Videos zu GIMP habe ich schon gemacht, aber ich habe noch kein Basisvideo, das mal nachgereicht. Und deshalb heute nur ganz kurz. GIMP ist ein Malprogramm, ein Malprogramm, das kein Geld kostet. Ich verwende hier GIMP 2.8 und heute machen wir mal das Einfachste, was man mit GIMP machen kann. Ihr werdet feststellen, GIMP, wenn es startet, hat mehrere Fenster. Das stört in der Regel, weil es kann passieren, dass man versehentlich eins der Fenster schließt und dann sucht man verzweifelt, oh, wie habe ich denn dieses Fenster geschlossen, wo ist das denn geblieben, findet man unter Fenster kürzlich geschlossene Docks, Werkzeugkasten. Da das auf die Dauer stört, mich zumindest, geht er am besten auf Fenster, Einzelfenstermodus. Dann verhält sich GIMP wie ein gewohntes Programm, sodass alles in einem Fenster ist. GIMP gibt es übrigens auch für Windows, das hier nochmal erwähnt. Nun, einfachster Fall mit GIMP-Datei. Okay, öffnen. Ihr habt bereits ein Bild, ein Bild. Zum Beispiel wollt ihr auf Autoscout-Mobile oder Ebay ein Auto verkaufen, Ebay wie auch immer. Unter Bilder habt ihr bereits ein entsprechendes Bild und noch ein Bild. Einfachster Fall mit GIMP 2.8. Meistens wollt ihr, dass das Nummernschild nicht mehr zu sehen ist. Gut, zunächst Hinweis. Reinzoomen könnt ihr mit gedrückter Steuerungstaste. Steuerungstaste ist die OSTRG drauf. Steht Steuerungstaste festhalten, Mausrollrad nach vorne drehen. Dann könnt ihr euch reinzoomen, Mausrollrad nach hinten rauszoomen. Steuerungstaste immer dabei festhalten. Gut, damit ihr den Bereich seht, den ihr bearbeiten wollt. Einfachster Fall. Ja, einfachster Fall. Ihr wollt das hier weg haben. Da soll nur noch weiß sein. Euer Autokennzeichen soll nicht zu sehen sein. Schaut mal hier dieses kleine Symbol in der Ecke. Das ist die Vordergrund- und Hintergrundfarbe. Da klickt ihr mal drauf. In der Regel wollt ihr jetzt das Nummernschild weiß haben. Und ihr könnt hier eine Farbe aussuchen. Maus klicken, festhalten. Seht ihr, wie sich die Farbe in aktuell verändert. F, F, F. Ganz viel F ist die hexadezimale Schreibweise. Der Farbe weiß. Wir sehen jetzt also hier Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe ist jeweils weiß. Hier oben haben wir das Auswahlwerkzeug, die rechteckige Auswahl. Einen rechteckigen Bereich auswählen. Drauf klicken. So. Nun suchen wir uns eine Ecke von dem Bereich, der jetzt weiß werden soll. Ich klicke jetzt auf diese Ecke. Halt die Maus fest. Ziehe einen Rahmen auf. Ich halte die Maus immer noch fest. Also die linke Maus, das gedrückt halten. Und jetzt loslassen. Jetzt sieht man da drumherum einen gestrichelten Rahmen. Hier sieht man es vielleicht besser. Einen gestrichelten Rahmen, der den Bereich markiert, den man gerne ausschneiden möchte. In den Ecken gibt es noch so kleine Kanten. Man kann diesen ausgewählten Bereich noch anpassen im Nachhinein, wenn man nicht so genau getroffen hat. Einfachster Fall, das Nummernschild ist so fotografiert, dass das Auto genau vor einem steht, sodass ein rechteckiger Bereich langt. Nun, jetzt braucht ihr nichts weiter tun, als die Entfernen-Taste auf eurer Tastatur zu drücken. Das ist E-N-T-F. Manche Tastatur entsteht auch in Delete. Und dann ist das weg. So, wenn ihr den ausgewählten Bereich jetzt nicht mehr braucht, Auswahl, nichts. Und schon Steuerungsdaste drücken, Mausrollrad nach hinten. So sieht es dann aus. Jetzt könnt ihr euer Bild theoretisch schon hochladen zu, was weiß ich. Nun, wir müssen es noch speichern. Achtung, es gibt zwei Speicherformate. Wenn ich nur Speichern sage, dann sagt es als Dateiende XCF. Das ist ein GIMP-Bild, wo er sich dann zum Beispiel merkt, ja, habe ich auf mehreren Ebenen gearbeitet, was habe ich vorher gemacht. Das Bild mit dem Dateienden XCF könnt ihr nicht hochladen, sondern ihr braucht in der Regel JPG oder PG, also Datei. Dann könntet ihr entweder das Bild, das ihr schon habt, überschreiben, ja, in dem Fall war es ein JPG-Datei. Dadurch geht das Original natürlich verloren. Oder ihr wollt es vielleicht gar nicht als JPG, als JPEXL, exportieren als. Und hier könnt ihr einen neuen Namen vergeben, meinetwegen. Ja, auf irgendeine Autobörse, Autobörse. Börse, schreibt man mit, so, JPG. Achtung, wenn ihr die Dateiendung ändert, JPG, dann geht ihr ein bisschen auf Dateityp nach Endung und sucht hier die Dateiendung, die euer Service, wo ihr es hochladen wollt. Erlaubt zum Beispiel als PNG-Bild. Achtet darauf, dass dann hier auch PNG steht. Exportieren. Jetzt werdet ihr noch gefragt, habt ihr noch gewisse Optionen, soll es noch komprimiert werden. Lasst ihr in der Regel so, wie es ist. Exportieren. Jetzt wird es gespeichert und gut ist. Wenn ihr GIMP jetzt beendet, dann sagt es, es wäre nicht gesichert. Ja, es will ja immer eine XCF-Datei sichern. Datei speichern. Jetzt könnt ihr das Bild auch nochmal im GIMP-Format speichern, sodass ihr im Nachhinein gegebenenfalls noch Änderungen vornehmen könnt. Das ist immer sinnvoll. Gut, jetzt machen wir es mal wieder zu. Gleiches Spiel. Zweitschwerer Fall. Das Auto ist nicht so fotografiert, dass es genau vor der Nase steht. So, wir öffnen mal das andere Bild. Datei öffnen. Und jetzt holen wir uns das andere Bild, das ich vorher gemacht habe. Hier sehe ich die zuletzt verwendeten Bilder. Wundert euch nicht, dass da das andere Bild nicht erscheint. Zuletzt verwendet habe ich das, was ich gerade gemalt habe. Ich muss also nochmal in Bilder gehen. Und gehe dann auf das zweite Bild. Dann kann ich hier in der Vorschau schön sehen, welches das ist. Das ist diesmal die Heckansicht vom Auto. Steuerungstaste Rollrad nach vorne. Hier sehen wir, diesmal ist das Nummernschild nicht so positioniert, dass ich mit der rechteckigen Auswahl das alles erwischen würde. Ich könnte mir die Mühe machen, viele kleine Rechtecke zu machen. Will ich nicht. Auswahl nichts. Stattdessen können wir natürlich einen beliebigen Bereich auswählen. Freie Auswahl ist so ein Lasso-Symbol. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Startpunkt anzuklicken. Klick. Ich bewege die Maus, ohne zu klicken. Einfach nur bewegen, dahin, wo ich hinhaben will. Nächster Punkt, wieder klicken. Klick. Der erscheint auch immer ein schöner Punkt. Nächster Punkt, wieder schön klicken. Klick. Nächster Punkt, wieder klicken. Klick. Immer die linke Maustaste. Und den ersten Punkt, wieder genau treffen. Klick. Jetzt hat man wieder so eine gerüffelte Linie, die sich bewegt, um anzuzeigen, wo man jetzt ist. Auch hier wieder schauen, dass man weiß wählt. Die HTML-Notifikation. Gut, auf Webseiten benutzt man das hexadezimale Format ebenfalls. Ist weiß oder benutzt die Vorschau Farben. Ihr könnt auch Farben aus dem Bild euch herauspicken, um die gleiche Farbe zu haben, wie schon zuvor im Bild. Dann sagt ihr okay. Jetzt ist die Vordergrundfarbe so gewählt, dass sie dazu passt. Ich drücke wieder Entfernen und das Ding ist entfernt. Auswahl nichts. So, das war der zweitschwerste Fall. Die anderen Funktionen in den folgenden Videos in meiner Playliste. Datei speichern unter. Nein, exportieren alles. Und zwar sagen wir es diesmal, um den Original-Dateinamen nicht zu überschreiben, sondern um ein schönes Bild mit Nummernschilden noch behalten zu können. Bändern, schließen. Hier verwerfe ich jetzt mal die XCF-Datei. Ich habe jetzt in meinem Ordner Bilder sowohl die Original-Bilder noch, wo das Nummernschild drin war, als auch die retuschierten. Das haben wir AAA genannt und das hier Autobörse PNG. Das würdet ihr dann zum Beispiel hochladen zu eurem Autodealer. Ich hoffe, hier mit Korven zu haben. Verbleib mit freundlichen Grüßen und Tschüss.